Angeblich habe ich zu meiner Volksschullehrerin gesagt, wie ich mich vorgestellt habe. Hallo, ich bin Philipp Brachinger und ich übernehme den Müllerhof. Das Wichtigste im Ausland ist es gleich wichtig wie sämtliche Sachen, die ich vom 15. Lebensjahr in der Küche gelernt habe. Also einfach alles merken. Es ist egal, ob es jetzt in Paris ist, in London oder in Neufelden. Einfach schauen, dass man sich so viel wie es geht merkt und dann irgendwie sich wiedererinnert. Wenn es ums Jungbleiben geht, für mich ist es eigentlich immer das erste Familie, Freunde, Gäste als Freunde und dann natürlich, was alles zusammenhält, das ist schon irgendwie das Essen. Aber es ist primär irgendwie das gemeinsam einfach Spaß haben, schöne Zeit haben und das halten wir eigentlich am meisten jung. Um so ein Menü zu erstellen, glaube ich, ist reine Tagesverfassung. Also es ist hin und wieder, es passiert in der Küche, während den Karottenschellen, es passiert beim Schlafen gehen. Es ist einfach echt so, es geht manchmal leichter, manchmal schwieriger von der Hand. Allein der Gedanke ans Fliegenfischen bringt mich irgendwie so drei Levels runter. Da im Fluss zu stehen, du bist so direkt mittendrin, das ist echt ein Wunsch, dass man das öfters macht. Es gibt für mich nichts Schöneres, wie einfach einen super Schneider auf dem Messer zu haben. Sämtliche Handgriffe, die man einfach ein Leben lang übt, automatisieren sich und es ist einfach ein Ding und das geht nur mit einem scharfen Messer. In der kurzen Zeit, wo man eine Ruhepause hat, haut man sich nur einmal aufs Radl oder auf die Rudermaschine oder eben unter die Gewichteln. Es scheut sämtliche Probleme aus, die was man irgendwie hat und man kann daran arbeiten, leichter wie am Schreibtisch oder im Bett. Nachhaltigkeit fängt an beim Einkauf. Ich will lieber den Typen dahinter kennen, der was man was verkauft. Es geht weiter in der Küche mit sämtlichen Mitarbeitern. Wenn es läuft, dann ist jeder happy und weiter in den Gastraum, wo der alte Fußboden zu einer Tischplatte wird. Das ist dann so ein Fluss und ein Ding und es wird dann irgendwie alles eins. Wenn man irgendwie irgendwas besser machen will, einfach mit Nussbutter dazugehen und fertig.